Servus und willkommen zurück bei Witcher 3 und mir und vermutlich der letzten Folge, äh, ne schwann, nicht letzte Folge, aber halt letzte Mission. So, jetzt haben wir es. Letzte Mission, genau, nochmal einen kurzen Checkup, was wir jetzt hier noch alles haben. Gut reparieren kann ich fast nichts mehr, macht aber nichts zu essen, haben wir jede Menge noch dabei. Leckere Gurken, Obst, bla 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 und weiß ich noch was alles. So, achja, dieses rote Blut-Symbolchen liegt einfach nur daran, dass ich hier, äh, ja, mir ja noch ein Schwert rausgeschmissen habe und natürlich, ah, ganz praktisch. Hä? Ah, jetzt. So, mal kurz hier alles reparieren. So, Handwerk, reparieren. So, werde jetzt einfach mal spontan alles reparieren lassen. Sicher, sicher. bevor es jetzt hier ins Grande Battle geht. Genau, passt. Optimal. Vielen Dank. Bis denn. So, perfekt. Das haben wir auch. Dann reden wir jetzt mit dem und einem Abflug. Also, Geralt, bereit? Klar, los geht's. Schnappen wir uns die Bastarde. Mit Vergnügen, Geralt. Mit Vergnügen. Hä? So, da bin ich jetzt mal gespannt. Was denn jetzt hier passiert, wo ich gerade seit nach dem Bladewein kam, der geht mir auch strahlend schnell vorbei. Hä? Hä? Ich gebe dir mein Herz? Was für eine Art Zauber soll das sein? Ein alter Liebesbrief, uralt. Wie gesagt, dieser Stein sollte ein Liebespaar vereinen. Ich hätte nie gedacht, dass ich Eredin so etwas mal sagen würde. En berelet zireneid. Ada eich blen eide mei. Okay. Der Elfenstein hat funktioniert. Sicher? Da müssen sie selbst endlich kalt werden, ne? Oder? Da friert schon alles zu. Eiszeit. Und auch Eiszeit. Also, ich bin jetzt gerade blind. Also, bis auf so eine komische Kuppel hab ich noch nicht gesehen. auch nichts gesehen das sind die wohl jetzt nicht aufgelaufen mir nach die nagelfahrt muss in der nähe sein und 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 das heißt ein Zauber du musst den Magier finden der ihn gewirkt hat und seinen Stab zerstören alles klar nicht nur seinen Stab aber gut vermutlich muss jetzt wieder zu den Ciri und Gerard kämpfen krass so da guckt es mal an Tassen Tassen das das ist eine geile Fähigkeit BAM! Geil! Ah, da ist noch einer Quatsch, quatsch, quatsch Dann machen wir das halt so Wö? Ah, Questa Aktualisierung Habe ich da gerade noch so oft die Stelle gelesen Hm, heh 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 BAM! Tja, dein Sterbelein ist wohl kaputt Ha, das Ei schmilzt, ne? Oder? Ja Oh mein hart, Silaheim Oh mein hart Ah Ist garantiert Ja Hexa Also gut Mein Mist zu Ende Ja, ne denn Gut, jetzt sehe ich noch mal mit Geralt Auch nicht, wenn mich trittest Oh shit Oh shit Oh shit Sack Ah Mann Kann aber auch mit seiner Scheiß weg Teleportieren Oh ja Höh, da Und Jetzt Ich habe hier noch zwei gemacht Ah toll, jetzt kommen wir schon zwei von diesen Dingern Näh Ah Ich habe hier noch einen Oh Verhältnis Nicht Gehen Ich meine Ich habe hier Und Ich habe hier Mich Oh shit Wo ist er denn jetzt da? Ah 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 Hm? Ah, da war er. Oh, shit. So, machen wir lieber das hier auch mal rein. So. Ist schön. Alter, war es denn jetzt kaputt? Hä? Ach, da hinten wieder. Hä? 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 Ach da. Huh, nice. Ei, ei, ei. Wir ganz schwitzige Hände hier. So, was den Stress. Von hier nach wie vor auf Todesmarsch, ne? Nicht zu vergessen. Hä? 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 Hä, toll. Hat er mich unter Wasser teleportiert oder was? Wattenvogel. Tauch hier an der Oberfläche. Ja, schon dabei. Oh, ich glaube, theoretisch sollte man hier aufpassen, dass man hier nicht so an Holzsplitter rankommt oder sowas. Aber, hm. Keine Ahnung. Ging auf jeden Fall ganz gut. So, da war es mit Ciri. Wo ist die? Wie? Joa. Das würde ich meinen. Oh nein. Oh nein. Gott. Da ist jetzt erstmal weg. Joa. Die Segelbrände auch schon. Die kann doch definitiv nicht mehr benutzen. Äh. Da ist sprichwörtlich hier der Wind aus den Segeln. Aha. Ja. Geh an Bord der Nagel fahren. Boah, sind die sich zu so komisch schwammig. Boah. Verfluchte Scheiße. Das ist unsere Chance. Jarni. Hast du Ciri gesehen? Sie war bei deinem Elf. Schade. Ahaha, aufgefüllt. Wunderbar. Ich mach jetzt nämlich mal das hier. Ja, das war jetzt so zu. Er wird gerade da so rum. Wunderbar. Ich mach jetzt nämlich mal das hier. Nein. Schade. Ahaha, aufgefüllt. Einverlust. Ja. Ah, den Eintreffer. Oh, lecker, süßlich Bananen. Jetzt mal theoretisch. Äh, ich weiß nicht, ob da einfach nur so vorbei werden oder nicht. Mach jetzt mal. Ja, scheiß drauf. So, nochmal Bananen. Hä? Hä? Ach. So. Ja, ich soll ja in Bordelage fahren, also, gehen wir da ein, gut ist. So, da sind wir schon mal. Oh, nö. Nö. Nicht klar. Nö. 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 Und welche letzten Worte? Halt's Maul und Kämpf! Du hattest deine Chance. Hm. Scho. Na, das war jetzt eigentlich logisch. So doof ist der jetzt auch nicht. Hexer. Ich hatte gehofft, dass du kommen würdest. Warum? Doll. Ich möchte dir etwas sagen. Aber erst später. Wenn du im Sturm liegst. Hä. Mal los, zeig mir dann dein Dabier. Ich will sie sehen. Alter. Nee. Nee. Wow. Nein. Fuck. Äh. Ja, okay, also lass ich hier jetzt mal nur einen Treffer. Aber ich mein, das ist ja wie nichts, ne? Hä? Ja, lol. Ich will grad sagen, wieso kann ich mich nicht mehr bewegen? Was ist das denn jetzt? Ja, voll leiser hier abgehend. Ach da. Ja. Äh. Äh, ich hab den aber so als dann auch gebrochen. Ja. Ah. Ah, okay. Ah. So, theoretisch nächste Phase. Äh, hallo, kann ich hier was machen, dann geht. Oh. Okay. So, wir können sie haben. Bitte. Okay. Wah. Äh. 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 warte mal ne gut so nicht bam nice äh jetzt eine Razor Show hier ja kein Ding hab ich es den letzten Mal sagen so schau schau Ich glaube so nirgends habe ich jetzt den Dreh raus. Nein, das war alles dämlich. Da bist du hässlich. Nein, 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 nein. Na komm. Wo ist er denn jetzt? Da hinten, oder? Ja. Nein. Ah, shit.